die EZB Sender Ticket Juhu ich kann bauen Oh, ich kann einen Markt bauen Ich bin grad um überlegen ob das Sinn macht Nein, das Ding auf jeden Fall gegen wen Ich hab halt keine ernstzunehmende natürlichen Feinde, außer hier im Süden vielleicht und die Muschi da oben Musch Ah ja, kann ich nicht so viel wenn das Ding so heißt Musch Ja, okay, dann schweiß ich nicht, wie Muschi geschrieben wird Ich weiß nicht, wie Muschi Weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, weißt du, hä? Ja, M-O-S-C-H-I Ja, mein Gott, das ist eine Variante, das ist die Muschi Mann Wo kommt der BD vor? Muschi 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 in meiner Rechten, Muschi Weißt du, da war das Herr von den Muschi, Hedin Also, bei Maik, das ist nicht Muschi, sondern Muschi Muschi, komm her Bei dir nicht Nein Wobei Muschi, Hedin doch ein etwas zu großer Ausschlag ist gegen die muslimische Volksgruppe, das wollen wir natürlich nicht, äh, ne Die Muschi, Hedin ja schließlich die Elite-Krieger waren das alteehrwürdigen Osmanischen Reiches Na, die Niederkrieger waren ja nicht so an Die Muschi, die glaube ich auch, oder? Wo waren die denn? Weiß, dass sie an die Sahne-Elite-Einhalt waren Ja, die Janische Hedin war immer Muschi Wie werden auch Schauer oder Jannis sagen, wie werden sie denn jetzt ausgesprochen? Ja, die Scharen werden ja ausgesprochen Ah, die Muschi, Hedin gibt es doch irgendwie auch Da sind sie noch Mit Doppel-D, das muss man ja auch erstmal wissen Doppel-D Ich glaube, ich ziehe meine Aussage sogar zurück Was denn? Ähm Also ich ziehe meine Entschuldigung definitiv zurück Grundsätzlich erstmal ist die Muschi, Hedin, abgeleitet von Jihad und bezeichnet allgemein jemanden, der sich um die Verbreitung oder Verteidigung des Islam bemüht Soweit nicht schlimm Aber Islamische Widerstandskämpfer und Terrorgruppen nennen sich selbst Muschi, Hedin, da sie ihre eigene Glaubensauffassung als den einzig wahren Weg ansehen Ähm, lieber IS, fuck you Wir haben gesagt Okay Verdammt, wir haben einen IS-Sympathisanten bei uns in der Gruppe Okay Das ändert allerdings jetzt noch nicht die Problematik mit meiner Mark Aber ich setze die wahrscheinlich nach Ich setze die hier nach Norden, nach Antiochia Das ist nicht nur relativ logisch Das ist auch ganz gut platziert Weil da ist glaube ich noch ein Osman Ja Und da ist noch ein Osman Also auch wenn inzwischen die Größe da ist, so ist die Vorsicht vor diesem Truppentyp doch immer noch oberstes Gebot Die Osmanen sind und bleiben Ausflöcher Die stärkste Einheit Oh Wir wollen eine Überlehnung von 76% Geht garantiert, naja, die geht schon ein bisschen So, das kann sich mal reichen, mal ein bisschen erholen von den ganzen Kriegen Na, wird Keksform annektiert Ähm 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 Gut Jetzt in den Krieg, sagen Ermann, den noch nicht großartige Unterstützung liefern kann Moskau ist sowieso ein kleines Stück Scheiße Vielleicht war das, was ein bisschen die Überdehnung weg ist Mike, kannst du dafür sorgen, dass zufällig da unten die 16.000er ärmländische Armee stirbt? Ne Schade Bin nicht im Kampf mit ihm, tut mir leid Wenn's so geil einfach so Ein Betriebsunfall Sind auch so Alle in unsere Läufe gerannt und wurden getötet Ja, aus Versehen haben wir jeden niedergestochen im Schlaf Wir dachten, es wäre eine Pisa, äh, eine italienische Armee Es gibt keine italienische Armee mehr Wir dachten, es wäre eine Oh my god Oh Aber, das sind... Die sehen doch gar nicht aus wie Italiener Das glauben sie doch nur sie Haben sie schon mal einen Italiener gesehen? Nein Sehen sie Weil wir sie nämlich alle ausgerolltet haben Was sind ja Und wenn Leute in Italien stehen, sind das Italiener Automatisch Auch wenn das nicht mit der Aussage zusammen passiert Wir haben sie ja ausgerolltet, aber es ist so Der, wenn, egal wer da unten in Italien steht Sie ist ein Italiener Ausstehender 20 Italiener belangen gerade rum Also Ja Wer ist das? Also ich muss jetzt mal was ausdrücken, ne? Ein wirkliches Hoch auf Wittenberg Äh, die es wirklich jetzt Zeit am Anfang des Schwiegeschaften haben Unabhängig von Oberlausitz zu bleiben, ne? Sind sie aber... Viel durch mich Ich hab sie zwischendurch geschützt Sind sie allerdings besetzt durch die restrukturierten Fanatiker In Wittenberg, da kommt die Witch her In Wittenberg, da kommt die Witch her Hm Habt ihr euch schon Witcher 3 angesehen? So geil das Spiel so geil Ja, ich muss sogar überlegen, ob ich es bekaufe Auch Aber es ist so teuer, aber es ist so geil Ich hab einfach gesehen, hab instant einen Beep bekommen und hab einfach instant Beep gemacht Ahja Mhm Darauf belassen wir es dann mal Im Gegensatz zu dir zensiere ich solche Aussagen wenigstens, ne? Ich habe noch nie so etwas zensiert Also ich wäge immer ab Und da Europa Universal ist ja definitiv ein Spiel ab 18 ist, ist das schon in Ordnung Okay Wir wissen, wenn wir spielen Ähm Penisana Kann man irgendwie sehen, wie weit ich, äh, entfernt, ne? Was machen kann, also was bauen kann Obwohl ich bauen sogar hier kein Provis machen kann Nein, leider nicht Was? 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 Ja, halt über die, ähm, Kolonialreichweite Echt? Okay Gut, Kolonialreichweite, wo bist du? 325 Wobei, gibt's ne? Oder geht es über die Handelskarte? Ich weiß es nicht genau Ne, es ist die Kolonialreichweite Sicher zeigt die auch alle Leute bei Campo und Sword-Karten Nein Aber es ist die Kolonialreichweite, also ob das da gezeigt wird, weiß ich nicht Davon rieche ich jetzt mal nicht aus Was ist das? Wo ist die Kolonial-Karte überhaupt? Ich nutze die ganzen Karten so selten, ich weiß gar nicht warum ich das hier aufgeklappt habe Mhm Kolonial-Karten-Modus Äh, boah, machst du denn? Ne, wird nicht angezeigt Ja doch, effektive Distanz und Kolonial... Und Kolonialreichweite, wenn man dann mit der Maus drauf geht Aber es wird jetzt nicht als farbliche Markierung oder sowas dann gezeigt Ja, die Pest Naja, das ist schon eine, du Alter, euer Ernst, ich hab 38,8 Armee-Radition und bekommst du an dem Kack-Pissen-General Irgendwie sind hier schon wieder meine Steuern am sterben Ich mach zwei weniger im Monat, warum auch immer Mach bloß 25,28, das ist sau wenig Musst du mal Geld machen Musst du mal arbeiten Musst du mal arbeiten Ihhh Du brauchst dich hier gar nicht ein, Mike Das ist ja eine Beleidigung Arbeiten Sowas Wieso, weil ich dir zutraue, dass du arbeiten könntest Ja Niemals in meinem Leben, weil ich arbeite Ich bin Student und dabei bleibt es auch Für immer Für immer und ewig Amen So, die Mask, wie schaut's denn? Noch vier Jahre, etwas weniger Naja, so Ähm Willst du dich aus dem Rheinland noch den Handeln? Wagen, komm Schöp' mir die bei den Handblassern nördlich um Auszieher Also Sina hat sich hier echt verdammt gut Was hingesetzt in Sachen Bündnisse Hm Ich würde dir ja eigentlich ganz gerne platt machen, aber Gut, ich könnte es Allerdings ist die Front sehr groß, das will ich mit drei Armeen eigentlich nicht machen Oh, brauchst du ausländische Hilfstruppen? Oh ne, soweit ist es dann auch noch nicht Außerdem ist das Bündnis Nein, das ist, außerdem Oh, nein, 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 kann ich auf gar keinen Fall machen Äh, geht nicht Was du nicht kannst, bestimme ich? Nee Reformen Nein, aus strategischen Gründen ist das absolut ausgeschlossen So, dann werden wir mal weiter Tempel bauen Irgendwo muss die Kohle herkommen, oder kann ich schon mal eine Fraktur bauen? Theoretisch ja praktisch Also, ich schreibe das auf Geld Dreh mal Dreh mal Dreh mal das nur noch passen dann haben wir ja gleich einen fettigen krieg am laufen da wird der fette fische am land richtige heilung störe fisch essen jetzt oder ich muss so ein bisschen warten weil meine ganzen generelle momentan irgendwie an schlaganfällen sterben oder krieg führen kann ich die nächsten jahre sowieso nicht weil wegen regenschaftsrat und zwar noch zehn jahre und wie ich mein glück keine verreckte trolle folge auch eines qualvollen Todes also das ganz natürlich ist ja das ist eigentlich schon dazu traurig und über zu lachen ich wollte auch Geld spannen um meine Schiffe aufzuwerden was will ich denn für ein Depp jetzt hab ich das gegen das nicht ausgegeben dafür ich weiß auch nicht mal nicht dazu das hat einfach keinen Wert tut mir leid ach deine Mutter hat keinen Wert Pisa hat verloren Jupp de di und jupp de da und trotzdem wird es wieder kaiser ja ja naja so n 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 Ja, die wissen, was zu tun ist, ne? So, was wollte ich sagen? So, hier möchte ich... So, jetzt gibt mir einen anständigen General... Ja, das geht noch. Karneval im Dschihad. Ne, das soll der Oberraum von Lappmann. Und auf geht's. Und ich bekomme sofort den Bremen-Nationalisten. Ach, ist diese Welt nicht wunderbar. So, mach den Fall. Süditalien marschiert in, äh... Norditalien ein. Cool. Obwohl, ne, Mitte-Italien. Und Norditalien, man ist eben in Süd-Mitte-Italien einmarschiert. Armes Pisa. Ja. Ja, und 20.000 haben die doch noch. Oh, da muss ich... Da muss ich in der Hauptbahnhof... Also, ganz ehrlich, welcher Reichsmitglied ist auch schon so dämlich und er versucht, das Reich vor mir zu schützen. Äh, Pisa? Ja. Ich behalte euch, behalte euch, behalte euch, behalte euch. Nein! Ich lass mich doch jetzt von dir keinen Stress machen hier. Was soll denn das? Schimpfst du dich nicht? Bealte euch. Bealte du dich mal, ja? Das muss nur aber auch... Ach, ne, tu, was? Halte doch mal deine Klappe. Das ist so ein blöder Let's Player, der einfach nur seinen Mund halten kann, man als Playton. Na, das ist unglaublich. Ja, wenn ich bedenke, dass ich früher immer gehasst habe, also ganz früher, wenn ich auf YouTube ein Video gucken wollte, also von einem Spiel oder sowas, dann war da nur die Videos, wo der Depp immer reingequatscht hat. Ja. Bis man dann den Ersten gefunden hat, der lustig war, und damit fing dann alles an. Der ganze kranke Shit ist dann passiert. Ach du meinst, als du damals auf den Kanal Zuckerrohr gestoßen bist? Vor 22 Jahren. Ja, also ihr müsst wissen, Zuckerrohr zockt, ist ein Erbschaftskanal. Ja, ja. Der hat von Generation zu Generation weiterfährt. Den habe ich von Zuckerrohr den Ersten geerbt, der auch damals hieß, Zuckerrohr bekommt bald einer aufs Maul, aber... Ja, ja. Er setzt es weiter. Ja, und das ist halt jetzt, Zuckerrohr bekommt jetzt einer aufs Maul, weil jetzt eben ein Neptun da ist. Ja. Kronke, also der war auch mal zwischendurch da, aber der war halt schon wieder, ne? Ja. Ja, ihr müsstet sehen, Kronke's erster Kanal war Zuckerrohr. Weil das war Training. Als du in Urlaub wolltest. Ja, und... Naja, das war unglaublich. Er hat den Kanal so populär gemacht, dann habe ich mir gedacht, das kannst du nicht antun. Zuckerrohr ist ein scheiß kleiner Kack-Kanal, es geht nicht, dass der einfach so bekannt wird und dann habe ich gesagt, also Kronke, ne, mach deinen eigenen Kanal, ich kümmere mich da jetzt drum, also es kann nicht angehen, dass der Kanal so bekannt wird, ne? Tut mir leid, das ist einfach zu gut für den Kanal. Ja, äh, guck mal auf die Karte des Mittelitalienischen Reiches. Ja. Die Diplomatie-Karte. Norditalien hat auch von hier seinen Spaß. Zurzeit wird bei novellen Hells Fourie. Doch auch mal den Kalmarer Krieg an, das ist echt, das ist ein Riesenkrieg. Naja, kann man so sagen. Muss aber nicht, ne? C hier soll aber eher großes Volk ist die Integration ist ein langer Abend zeigen schon irgendwelche Riesenreiche also richtig Riesenreiche das soll schon halt nur gar er wird dann was das auch fast schon wo wir es noch relativ groß und die Hure was die Hure ich meine die Hure ach so die Hure die ja die Hure die Hure ich weiß das ist die Hure ist aber ich will die Hure nennen das mich raus ich nehme mir die Grundsteuer in Stockholm 100 Morsche immer so aufgrund meiner und ein schönes Blau hatte ich glaube ich muss mich mit den Verbänden Mauer all das so immer auf Blau abgesteckt ist unglaublich ist das solche Busser in der Blau gemacht weil diese normale Version von Eure nur hässliches Blau ist nicht so eine schöne wie die der wie die Mord wenn es vom Astrid nachträglichen Farbtemplate eingefügt ist einfach um das Geld sozusagen für dich im Blau verwandelt hat das ist du willst dass du einfach sowas wie du kennst du die Mords die so ein bisschen die Farben und so anpassen naja und darüber kann es auch die Farbe von dir deinem Land anpassen dass sie einfach das Blaube das du willst und das ist nicht die Checkzone ganz sicher solltest Prussian Blue sollte ne das ist doch ein nein nicht Prussian Blue das ist doch einfach bloß ein Mod der zu dir sagt die eine Farbe sieht halt anders aus ja ist bei Prussian Blue auch die Prussian Blue ist eine andere Farbe äh bei Prussian Blue geht bei Prussian Blue hat er ein bisschen mehr verändert bei uns und würden doch die ganzen Map Mods nicht gehen wo auch die Farben mit verändert werden um ich meine nur so alt du musst ja nicht weiter auf mich hören ich meine ich bin ja bloß ein inkompetentes kleines Zugerrohr dass jeder hast und am liebsten in die Eier treten würde aber ich komme noch klar ich komme nicht damit was ich mir aufmerksamkeit die Procke nicht mag ich bei der Koppel statt sie kann sogar nehmen das hoffe ich auch für dich ich habe damit nämlich meine diplomatische Beziehungen ruiniert Mögen wir viele Kinder haben Mögen wir viele Kinder losgehen Mögen wir viele Kinder losgehen Mögen wir viele Kinder losgehen ich weiß gar nicht auf so ne Scheiße kommen ich glaub ich will es kann nicht wissen was ist das hier ein Nationalismus das ist der schlimmste Nationalismus den es gibt der Nationalismus ne ja schlimm als ob es nicht toll wäre in meinem Land zu leben was gibt es besseres mein Gott diese wohl organisierte Struktur in diesem Land diese diese Kompaktheit ja dieses diese einheitliche Form Koks und Nutten sowieso finde ich gut dass du das akzeptiert hast das waren die anders das waren die anders du wolltest nur einfach nicht auf mich hören ja es gab man dann schon immer Koks und Noten man besteht aus Koks und Noten das Koks ist halt nur schon ein bisschen verklebt deswegen die gelbe Farbe ja und die Noten die muss es halt so ein bisschen als Soldaten tarnen damit ich da vorm Gewerbe durchkomme Alter das ist einfach unhörpiderlich aah